Das Warten hat ein Ende. Das Löwencafé auf dem Weilburger Marktplatz hat seine Türen wieder geöffnet. Diese Nachricht erfreut nicht nur die Weilburger, sondern auch zahlreiche Touristen, die das charmante Café bereits vermisst haben. Die neuen Betreiber haben es sich zur Aufgabe gemacht, das Löwencafé zu einem Wohlfühlort für alle Generationen zu machen. Ein besonderes Highlight des Löwencafés ist die Frühstücksauswahl, die ab 8 Uhr morgens angeboten wird. Gäste können aus vier verschiedenen Frühstücksarten wählen und das Besondere daran ist, dass das Frühstück den ganzen Tag über bestellt werden kann. Das Café legt großen Wert auf Familienfreundlichkeit und bietet im Innenraum einen speziellen Elternkindplatz an. Das Löwencafé punktet auch mit einem breiten Angebot an selbstgebackenen Kuchen und Torten, die vom renommierten Altstadtcafé Runkel geliefert werden. Das Tolle auch, es gibt keinen Ruhetag. Der echte Grill-Fan grillt bei jedem Wetter. Aber am meisten Spaß macht es im Sommer mit den leckeren Grillspezialitäten direkt vom Heidehof-Sippel. Wir haben für die Grillsaison genau das richtige Fleisch. Wir achten auf Qualität, denn Qualität kommt aus der Region. Genießen Sie Fleisch und Wurst mit reinem Gewissen und besuchen Sie den Hofladen Sippel auf dem Heidehof oder die Filiale in Braunfels in der Borngasse 54. Neues E-Bike? Läuft! Fehlt nur noch die volle Ladung Sicherheit. Mit dem E-Bike-Schutz der SV Sparkassenversicherung. Wenn Ihr E-Bike zum Beispiel bei einem Unfall oder bei einem Sturz zu Schaden kommt oder Ihr E-Bike ganz weg ist, lassen wir Sie nicht auf dem Schaden sitzen. Die volle Ladung Sicherheit also. Wir sind immer gerne für Sie da. Im Restaurant und Bistro Altes Arthaus trifft Genuss auf Kunst. Direkt auf dem malerischen Marktplatz der Residenzstadt Weilburg bietet das alte Arthaus Raum für alle Sinne. Ob im Bistro selbst oder im kunstvoll gestalteten Nebenraum, auf der überdachten und beheizbaren Terrasse oder im Pavillon. Auf allen Ebenen können Gäste feiern, genießen und sich mit ausgefallenen Speisen verwöhnen lassen. In einem weiteren Veranstaltungsraum direkt gegenüber können individuelle Feste und Feiern ausgerichtet werden. Wer selbst kochen lernen oder seine Kochkünste verfeinern möchte, für den bietet Mick Abel Kurse an. Die Location wird auch für Fernseh- und Filmaufnahmen gebucht. So entstehen hier Kochsendungen mit Michaelis Scherenberg und auch die bekannte Talkshow Arthaus Talk. Das alte Arthaus ist mehr als ein Bistro. Es ist ein sympathischer Ort der Begegnung. Die Interliving Küche Serie 3057 begeistert auf den ersten Blick durch die edle, grifflose Front in schwarz-soft-matt. Die geradlinige Kombination aus Hochschrank und großzügigem Inselelement mit Ansetztisch lässt kaum Wünsche offen. Die Interliving Küchen Serie 3057 erhalten Sie in zahlreichen Frontfarben und Ausstattungsvarianten. Die Interliving Küchen-Profis stehen Ihnen bei allen Fragen mit Rat und Tat zur Seite. Die exklusive Einbauspüle und die Armatur in edlem Schwarz begeistern durch hervorragende Materialien und puristisches Design. Neben den innenseitigen Auszügen und Türen verfügt die Insel durch zusätzliche Türenelemente an der Außenseite über extra viel Stauraum. Der praktische Ansetztisch mit schwarzen Metallfüßen lädt zum gemeinsamen Kochen oder Einnehmen kleiner Snacks ein. Geräumige Auszüge bieten beste Erreichbarkeit und Ordnung. Dank Soft-Einzug schließen Sie leichtgängig und lautlos. Der geräumige Hochschrank bietet Platz für zwei Backöfen und einen großen Kühlschrank sowie viel Stauraum für Vorräte. Die dezenten schwarzen Griffleisten unterstreichen das edle Design. Die Interliving-Küche Serie 3057 trägt das goldene M der Gütegemeinschaft Möbel und bietet volle 5 Jahre Herstellergarantie. Interliving – Küche für mich gemacht Indien Indien ist eine wahre Sinnes-Explosion. Farben tanzen, Gewürze betören, Klänge verzaubern. Ein Fest für die Augen, den Gaumen und das Herz. Unvergesslich für jeden, der schon einmal dort war. Aber auch in Weilburg lässt sich der exotische Zauber genießen. Im Tandoori Palace Dem zauberhaften Geschmack Indiens mitten in Weilburg. Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der indischen Küche und erleben Sie kulinarische Genüsse, die alle Sinne verzaubern. Im Herzen von Weilburg erwartet Sie das Tandoori, ein Ort, an dem traditionelle indische Aromen auf moderne Raffinesse treffen. Unsere Spezialität, Tandoori-Gerichte, frisch aus dem Lehmofen. Die indische Küche, insbesondere die aus unserer Heimat, dem Punjab, ist für ihre vielfältigen Aromen und Gewürze bekannt. Genießen Sie die köstlichen Aromen von mariniertem Fleisch, saftigen Gemüsespießen und knusprigem Brot, zubereitet im traditionellen Tandoor. Jedes Gericht ist ein Fest für die Sinne und entführt Sie auf eine kulinarische Reise durch die Vielfalt Indiens. Mit Liebe zum Detail gestaltet, bietet das Tandoori Palace den perfekten Rahmen für genussvolle Stunden mit Familie oder Freunden. Planen Sie eine Feier oder ein besonderes Event? Wir stehen Ihnen mit unserem Service zur Seite und sorgen dafür, dass Ihre Veranstaltung zu einem kulinarischen Highlight wird. Nehme Sie Kontakt zu uns auf und reservieren Sie noch heute. Es war noch nie einfacher, nutzen Sie unsere Online-Reservierung und bestellen Sie ganz leicht einen Tisch. Obendrein erreichen Sie uns per Telefon. Wir freuen uns auf Sie! Ihre Familie Kula Die heimische Firma Der Firma Schäfer ist seit 1978 in der Autobranche tätig. Wir betreuen die unterschiedlichsten Fabrikate mit unserer über Jahrzehnte gesammelten Erfahrung. Besonders natürlich bei unseren Kernmarken BMW, Mini, Hyundai und Kia. Das Team von Schäfer Automobile freut sich auf Ihren Besuch in unseren Werkstätten in Ousingen und Weilburg. Autokauf und Verkauf ist Vertrauenssache. Und eine gute Beratung, Erfahrung, Service und Fairness gehören natürlich dazu. Wenn Sie Ihr Auto verkaufen wollen, sind wir die richtigen Ansprechpartner. Schauen Sie rein bei www.autoankauf-hessen.com oder besuchen Sie unseren Showroom in der Frankfurter Straße in Weilburg. www.autoankauf-hessen.com Stadtwerke Weilburg Power, Kompetenz und Energie Die Stadtwerke Weilburg sind Ihr starker Partner, wenn es um Strom, Wasser, Gas und E-Mobilität geht. Wir bieten Sicherheit und Service. Stadtwerke Weilburg Vororts Immer Kompetenz und immer für Sie da. Schreiben Sie uns an unter Kunden-at-stadtwerke-weilburg.de Bei KRA und Enders bündelt sich die Kraft einer gemeinsamen Marke. BMW Immer einen Schritt voraus. Immer innovativ. Immer eine automobile Naturgewalt. KRA und Enders Ihr BMW-Kompetenzzentrum für den Raum Weilburg und Limburg. Wir sind direkt an der B49 für Sie da. Nur etwa 15 Minuten von Weilburg entfernt. KRA też loбуylum Aufları Dgebab Dba Db Dba